Es war einmal ein Mann, der hatte sein Kamel verloren. Er suchte überall nach ihm und konnte es nicht finden. Da begegnete ihm ein Alter und den fragte er, sag einmal, hast du meinen Kamel gesehen, Väterchen? Alter erwiderte, ist dein Kamel auf dem linken Fuß lahm und auf dem rechten Auge blind? Ja. Trägt es auf der linken Seite Honig und auf der rechten Seite Reis? Ja, richtig. Fehlt ihm ein Zahn? Jawohl, sag mir, wo ist es hingegangen? Das weiß ich nicht. Da schrie der Mann los, halt mich nicht zum Narren. Du hast meinen Kamel versteckt, sonst wüsstest du doch nicht so genau über das Tier Bescheid. Der alte Mann sah ihm ruhig in die Augen und fragte, reg dich nicht auf, warum? Hör zu. Auf meinem Weg hierher habe ich die Spuren eines Kamels gesehen. Auf der rechten Seite waren sie tief, auf der linken schwach. Also muss das Kamel auf dem linken Fuß lahm sein. Das Gras zur linken Seite war abgefressen, rechts jedoch nicht. Da wusste ich, das Kamel ist auf dem rechten Auge blind, denn es konnte das Gras rechts gar nicht sehen. Ich beobachtete, dass links des Weges viele Fliegen waren und rechts Ameisen krabbelten. Die Fliegen fraßen Honig und die Ameisen schleppten Reiskörner. Daraus schloss ich, dass das Kamel auf der linken Seite Honig und auf der rechten Seite Reis trägt. An den Blätterresten, die das Kamel beim Fressen hinterlassen hatte, erkannte ich, dass ihm ein Zahn fehlt. Diese Schlussfolgerungen habe ich alle nur aus meinen Beobachtungen gezogen. Du brauchst mich nicht zu fragen, wohin dein Kamel gegangen ist. Folge einfach der Spur. Er dankte der Kamelbesitzer, dem Alten für seinen Rat und setzte seine Suche fort. Was glaubt ihr, hat er das Kamel gefunden? Kampmeier's Kinderkanal Kampmeier's Kinderkanal Wie Jungs Wie Jungs Wie Jungs